Es war zu erkennen, dass Stan am Arbeiten war. Er hatte stapelweise Unterlagen auf seinem schweren Wohnzimmertisch liegen, stapelweise lose Papierseiten neben Büchern. Es war zu erkennen, dass Stan am Arbeiten war. Er hatte stapelweise Unterlagen auf seinem schweren Wohnzimmertisch liegen, stapelweise lose Papierseiten neben Büchern. Selbst auf dem Fußboden, den er mit einem goldfarbenen Teppich ausgelegt hatte, stapelten sich die Bücher, teilweise aufgeschlagen oder mit vielen Lesezeichen versehen, die den schnellen Zugriff auf bestimmte Textstellen ermöglichen sollten. Barton kannte Stan schon seit seiner Trennung. Er war ein Top-Agent. Er verbrachte, bevor ihn Gordon anheuerte, vier Jahre in London, um dort monarchisch zu sein. Monarchisch-konservative Strömungen in den linkspolitischen Untergrund einsickern zu lassen. Barton kannte Stan schon seit seiner Trennung. Er war ein Top-Agent. Er verbrachte, bevor ihn Gordon anheuerte, vier Jahre in London, um dort monarchisch-konservative Strömungen in den linkspolitischen Untergrund einsickern zu lassen. Seine Vorliebe für Herrenzimmer war unübersehbar. Hinter ihm große Schrankwände, voll mit Büchern, Regale, die bis zur holzgetäfelten Decke reichten. Seine Vorliebe für Herrenzimmer war unübersehbar. Hinter ihm große Schrankwände, voll mit Büchern, Regale, die bis zur holzgetäfelten Decke reichten. Hinter ihm, zwischen den Büchern, ein standesgemäßer großer Kamin, den mit Holz betrieb, wie auch heute Abend wieder. Es war auch heute wieder kühl, und Barton dachte an das gemütliche, warme Zimmer gestern bei Braunstein, der seine Villa komplett heizte, keine kältere Ecke in seinem Anwesen zuließ. Es war auch heute wieder kühl, und Barton dachte an das gemütliche, warme Zimmer gestern bei Braunstein, der seine Villa komplett heizte, keine kältere Ecke in seinem Anwesen zuließ. Jede kleinste Kammer wurde beheizt, obwohl nur er und sein Butler sich in der Villa aufhielten, die an ein kleines Miniaturschloss erinnerte. Beheizte, unbewohnte Zimmer, gespenstisch. Es waren diese April-Tage, tagsüber liefen jetzt bereits die meisten Frauen in kurzen Kleidern die Straße entlang, in kurzen Röcken, und abends dann wieder Wärme angezogen, oft sogar noch Pullover, dicke Jacken. Barton überlegte, ob Stan freier, glücklicher war wie er. An Geld mangelte es ihm nicht. Er konnte sehr frei arbeiten, machen, was er wollte. Recherchieren war sein Leben. Eigentlich machte er nichts anderes für ihn und Gordon, was er sowieso machen würde, auch wenn er kein Geld dafür bekommen würde. Barton überlegte, ob Stan freier, glücklicher war wie er. An Geld mangelte es ihm nicht. Er konnte sehr frei arbeiten, machen, was er wollte. Recherchieren war sein Leben. Eigentlich machte er nichts anderes für ihn und Gordon, was er sowieso machen würde, auch wenn er kein Geld dafür bekommen würde. Darin liegt immer der Erfolg. Diese Dinge tun, die du sowieso für dich tun willst, reflektierte Barton seine eigenen Gedanken. Dinge tun, Dinge tun, unabhängig, ob du dafür ökonomisch entlohnt wirst oder nicht. Diese Dinge haben die Eigenschaft, etwas Besonderes zu sein. Nicht immer, aber oft. Wenn diese Besonderheit für jemanden nützlich ist, hast du gewonnen. Dann machst du damit auch Geld und bist in deiner Sache sehr gut, weil du voll dahinter stehst. Darin liegt immer der Erfolg. Diese Dinge tun, die du sowieso für dich tun willst, reflektierte Barton seine eigenen Gedanken. Dinge tun, unabhängig, ob du dafür ökonomisch entlohnt wirst oder nicht. Diese Dinge haben die Eigenschaft, etwas Besonderes zu sein. Nicht immer, aber oft. Wenn diese Besonderheit für jemanden nützlich ist, hast du gewonnen. Dann machst du damit auch Geld. Und bist in deiner Sache sehr gut, weil du voll dahinter stehst. Barton dachte kurz an seine letzten Jahre, seine Therapiesitzungen, die Gutachtertätigkeit, die Lügen. Er spürte, wie verschieden er und Stan waren, was Ehrlichkeit zu sich selbst angeht. Er bestätigte ihn, aufzuhören damit. Nein, er dachte kurz an Isabel, an den Professor. Er wollte nicht dieses Leben führen, anderen Menschen etwas vormachen. Der Professor und sein Kutscher, Braunstein und sein Butler, das sind alles Karl-May-Figuren-Darsteller in ihrem Alltag. Sie leben nicht in ihrer Realität. Real sind sie völlig andere Menschen. Er ist auch eine Karl-May-Figur. Ob er Winnetou oder Old Surehand für Yvonne war, egal. Auf jeden Fall war es nicht er, der heute ihr gegenüber sass und später dann abgewendet von ihr an der Bar stand. Und sie nicht einmal wie ein Mensch verabschieden konnte, sondern sich mit dem Rücken zu ihr unterhielt und mit einer Handbewegung verabschiedete. Schäbig. Barton dachte kurz an seine letzten Jahre, seine Therapiesitzungen, die Gutachtertätigkeit, die Lügen. Er spürte, wie verschieden er uns denn waren, was Ehrlichkeit zu sich selbst angeht. Es bestätigt ihn, aufzuhören damit. Nein, er dachte kurz an Isabel, an den Professor. Er wollte nicht dieses Leben führen, anderen Menschen etwas vormachen. Der Professor und sein Kutscher, Braunstein und sein Butler, das sind alles Karl-May-Figuren-Darsteller in ihren Alltag. Sie leben nicht in ihrer Realität. Real sind sie völlig andere Menschen. Er ist auch eine Karl-May-Figur. Ob er Winnetou oder Old Surehand für Yvonne heute war, egal. Egal. Auf jeden Fall war es nicht er, der heute ihr gegenüber saß und später dann abgewendend von ihr an der Bar stand. Sie nicht einmal wie ein Mensch verabschieden konnte, sondern sich mit dem Rücken zu ihr unterhielt und mit einer Handbewegung verabschiedete. Schäbig. Stan gehört zu diesen Gewinnern, die mit dem, was sie sowieso machten, Geld verdienen. Mitte 40, Sportwagen, Atelierwohnung. Er filmte und fotografierte neben seiner politischen Agentenarbeit. Hatte immer Frauen bei sich. Auch heute wieder. Stan gehört zu diesen Gewinnern, die mit dem, was sie sowieso machten, Geld verdienen. Mitte 40, Sportwagen. Atelierwohnung. Er filmte und fotografierte neben seiner politischen Agentenarbeit. Hatte immer Frauen bei sich. Auch heute wieder. Sie versteckten sich nicht. Wie Suki bei Gordon. Hatten sogar das Bestreben, dass sie gesehen werden. Immer wenn Stan telefonierte mit zugeschalteter Kamera. Hinter seinem Sofa links auf einem kleinen Jais Long. Es müsste ein Fotomodell sein. Sie war in einem Kleid der Roaring Twenties zurechtgemacht. Auch die Frisur, Make-up. Sie war in einem Kleid der Roaring Twenties zurechtgemacht. Auch die Frisur, Make-up. Perfekt geschminkt. Sie hatte die Füße hochgelegt und ihre Nylon bestrumpften Beine waren wunderschön. Eventuell produzierte er mit ihr einen Film für seine Kunstprojekte. Stan war ein Maler, der mit Filmen versuchte, Bilder zu malen. Seine Frauen waren nie völlig nackt. Er entblößte etwas anderes von ihnen. Das, was sie normalerweise hinter einer Maske versteckten. Sein Ziel war es, authentische Frauen zu zeigen, ihr Innerstes vorzuführen, wenn sie starke Gefühle, Sehnsüchte formulierten. Ja, es ging um Sexuelles, um das Thema, was immer am wichtigsten ist, aber nicht nur. Auch um Ängste. Manche Frauen waren, wie wir im bürgerlichen Milieu sagen würden, verrückt. Aber genau diese Verrücktheit brachte sie dazu, ihre Masken fallen zu lassen. Sie dachten natürlich, sie hätten noch ihre Masken. Das war das Paradoxe, das Stan meisterhaft herausarbeiten konnte. Sie meinten, sie spielen etwas vor. Aber dabei waren sie ihr schon längst selbst, offenbarten alles. Eventuell produzierte er mit ihr einen Film für seine Kunstprojekte. Stan war ein Maler, der mit Filmen versuchte, Bilder zu malen. Seine Frauen waren nie völlig nackt. Er entlöste etwas anderes von ihnen. Das, was sie normalerweise hinter einer Maske versteckten. Sein Ziel war es, authentische Frauen zu zeigen, ihr Innerstes vorzuführen, wenn sie starke Gefühle, Sehnsüchte formulierten. Ja, es ging um Sexuelles, um das Thema, was immer am wichtigsten ist. Aber nicht nur. Auch um Ängste. Manche Frauen waren, wie wir im bürgerlichen Milieu sagen würden, verrückt. Aber genau diese Verrücktheit brachte sie dazu, ihre Masken fallen zu lassen. Sie dachten natürlich, sie hätten nur ihre Masken. Das war das Paradoxe, das Stan meisterhaft herausarbeiten konnte. Sie meinten, sie spielen etwas vor. Aber dabei waren sie schon links selbst, offenbarten alles. Stan liebte ganz bestimmte Künstler mit hohem Ausdruck. Roman Polanski, Klaus Kinski, Charles Bukowski, Deren Schaffen in Film und Schrift, die die Welt der 70er-Jahre zeichneten, kurz nach der zweiten Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts. Sexuelle Exzesse, dies interessierte ihn. Verzweiflung, Angst, Grenzen des künstlerisch Machbaren, was kommerziell noch vermarktungsfähig war oder gerade dadurch vermarktungsfähig wird, weil es Grenzen bereits überschritten hatte. Stan liebte ganz bestimmte Künstler mit hohem Ausdruck. Roman Polanski, Klaus Kinski, Charles Bukowski, Deren Schaffen in Film und Schrift, die die Welt der 70er-Jahre zeichneten, kurz nach der zweiten Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts. Sexuelle Exzesse, dies interessierte ihn. Verzweiflung, Ängste, Grenzen des künstlerisch Machbaren, was kommerziell noch vermarktungsfähig war oder gerade dadurch vermarktungsfähig wird, weil es Grenzen bereits überschritten hatte. Er verglich diese Anfangsphase der 70er in Bezug auf die sexuelle Befreiung manifestiert durch Drogen und Exzesse mit den 20er-Jahren des gleichen Jahrhunderts. Wobei die 20er-Jahre natürlich eine bedeutungsvollere Veränderung waren, wenn wir uns ansehen, wie das Frauenbild vor dem Ersten Weltkrieg noch war. Er verglich diese Anfangsphase der 70er in Bezug auf die sexuelle Befreiung manifestiert durch Drogen und Exzesse mit den 20er-Jahren des gleichen Jahrhunderts. Wobei die 20er-Jahre natürlich eine bedeutungsvollere Veränderung waren, wenn wir uns ansehen, wie das Frauenbild vor dem Ersten Weltkrieg noch war. Er liebte, diese Zeiten zu studieren. Eventuell neigte er dazu deshalb, weil diese Zeiten Heterosexualität mit einem Fragezeichen versahen. Und er suchte Anker, ob diese Veränderungen und Artefakte in diesen Zeiten, in denen Paradigmen angegriffen wurden, Antworten auf seine Fragen geben könnten, die er ständig an sich selbst richtete. Er liebte, diese Zeiten zu studieren. Eventuell neigte er dazu deshalb, weil diese Zeiten Heterosexualität mit einem Fragezeichen versahen. Und er suchte Anker, ob diese Veränderungen und Artefakte in diesen Zeiten, in denen Paradigmen angegriffen wurden, Antworten auf seine Fragen geben könnten, die er ständig an sich selber richtete. Ja klar, er lebte in einer Sexwelt. Alles für ihn drehte sich um dieses Thema. Ja klar, er lebte in einer Sexwelt. Alles für ihn drehte sich um dieses Thema. Gibt es überhaupt ein anderes? Geld verdienen war nur ein notwendiges Übel. Geld.